Ähm, wo ist sie denn, die Schnauze? War die da draußen? Hängt die hier? Weil ich hatte hier was lila... Da ist sie doch. Seit wann ist die denn so unsichtbar? Wie fies ist das, dass die Schweineschnauzen jetzt auch noch unsichtbar werden? Voll gemein. Und wer stöhnt hier so eklig? Äh. Äh. Wo ist jetzt diese Plattform rausgekommen? Ich glaube, das sind die Fische, die so stöhnen. Überall tote Fische. Ach nee, da vorne. Da vorne kann ich hoch. Boah, ich brauche unbedingt Energie. Bin natürlich aber auch froh, wenn wir hier... ...alles immer schaffen. Ach ja. Weg von den... ...ahmen Fischen. Hier geht's auch hoch. Aber hier ist nix. Okay. Da oben auch nicht, nehme ich mal an. Gut. Haben wir es geschafft dann, oder wie? Gehen die Türen auf? Nö. Dann gehen wir hier lang. Ah. Hallo Leute. Was sagt ihr? Mhm. Oh, da. Die Vorstellungs-Dings. Ladies and Gentlemen. Willkommen zur Show. Ziemlich großartige Show. Das reicht jetzt, denke ich. Genug vor, Geplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen Feinsinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht, alle dürfen ein Tänzchen wagen. Könige Lords und Talaren gezücht, die Blauen und die Weißen graben. Das Schicksal bietet viele Tode, dazu noch leicht Stoß. Das Schicksal erlöst nur wenige, ein Schuldiger herrn wird. Feuer, Pest und seltene Krankheit. Nasses Ende, stiches Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen. Jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Herz beschwerlich hart. Der Schweiß fängt an zu rennen. Nach dem Tanz muss ich dann rufen und das Festmahl kann beginnen. Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Rechte. Befressen zu werden. Anstellen, Leute. Nicht drängeln. Jeder kommt ran. Bus auf das Viech. Feierst, während das Wunderland zerstört wird. Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice. Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht. Gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frage dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kann an, dass du ankamst! Und er ist das Rechte, als du es dir vorstellen kannst! Der Tod seines Traums! Die Rauche! Mal vielleicht nicht so viel. Das Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht! Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos. Aber leider noch am Leben. Ach, was wollte er? Was wir alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können! Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice. So wie ich. Wenigstens rotz sie keinem Irrhaus um sein Haus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Er verstand an den Scherben. Redliff dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich führen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt, mit Augen wie Windreide, gesabbert, manchmal gekreischt. Etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Ganoven und Spanner. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Was hast du... Du erinnerst dich? Redliff hat mir was bezahlt, Salf. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durch mich... Ach, saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer? Also wirklich? Sieh mal, Alice. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Redcliffe hat den Untersuchungsbericht beschrieben. Ich bring dich zu. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinnere dich dran. In Ordnung, aber Mr. Redcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Tja, liebe Leute, es war eine sehr lange Sequenz. Ich werde jetzt einmal schauen, wie es aussieht mit meinem Speicherplatz gerade. Und dann sehen wir uns gleich kurz wieder. Und entweder spiele ich dann 10 Minuten noch weiter oder verabschiede mich. Also, einen Moment bitte. So, da bin ich auch schon wieder... Ich hatte nämlich eigentlich vor, den Part zu beenden. Aber ich werde zwischendurch, und das ist ja jetzt dann schon passiert, wenn ihr das seht, werde ich den in der Mitte geteilt haben, weil es extrem lang jetzt war. Aber wir sind wieder zurück mit Alice. Mein Spiel, das spinnt aber auch manchmal so, habe ich das Gefühl. Wenn man so stehen bleibt wie hier... Oder gerade eben, da hat die Kamera so gewackelt. Jetzt auch wieder, ganz komisch. Ruckelt immer mal so komisch. Ja. Das weiße Kaninchen, es ist so viel passiert. Der Zimmermann konnte jetzt auch nicht helfen. Alice möchte wissen, was dieser Zug bedeutet. Und sie soll die Raupe finden. Ich schätze mal, das werden wir als nächstes im Wunderland machen. Hier ist jemand gestorben. Die Musik ist so schön. So cool. Ich habe mir vor kurzem auch mal ganz viel Alice Musik auf mein Handy gepackt. Also hatte ich schon seit ein paar Jahren jetzt, wo ich das Spiel schon zum ersten Mal gespielt habe, aber so ein paar dieser anderer Songs, dieser nicht veröffentlichen, sag ich mal. Ja, wer ist da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. Wahrer Wert wird so unterschätzt, wie man Reichtum überschätzt. So, Alice besucht Dr. Radcliffe. Und ja, sie sieht wieder so aus, wie sie in echt aussieht, mit ihrem lumpigen Kleidchen, mit ihrem blassen Gesichtchen. Irgendwie auch viel trauriger, düsterer und ernster, finde ich sie jetzt. Ähm, was können wir uns angucken? Eine alte Schriftrolle aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe, meinen Chinesen, erfanden diese Tinte durch Mischen von Ruß, Lampenöl, Eselhaut, Gelatine und Moschus. Er weiß erstaunliche Dinge. Hm. Können wir in das Zimmer gehen? Ach, ich will mich immer klein machen. Ich will immer diese ganzen Steuerungselemente benutzen, unsichtbare Dinge finden. Aber all das ist ja gar nicht real. All das gehört ins Wunderland. Was haben wir hier? Radcliffe, der aus spannenden Dröges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein Maitukatana des 16. Jahrhunderts und die kürzere ein Wakizashi, beides Samurai-Waffen. Was ist noch? Xuan de Porzellan, meint Mr. Radcliffe, ist der Höhepunkt der Ming-Dynastie. Wunderschöne Formen, die besten Farben und die dekoriertesten Dekors. Ach ja, das finde ich ja auch so schön. An der asiatischen Kunst. Die haben es einfach drauf. Das muss man denen mal lassen. Sagt sie da auch noch was zu? Oh nein, aber echt schön. Also Geschmack hat er ja. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt wie üblich. Triefen vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Rächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das einzige, worüber dieses Verrückte gehört sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren. Kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl. Das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lissi schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn. Kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanik. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychonische Schule. Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Alle bewegliche Habe verschwunden, nichts als Staubflecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschaus, geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt. Eine sehr düstere Stimmung herrscht jetzt gerade. Es waren ihre Erinnerungen an das, was hier mal passiert ist. Und sie möchte natürlich ihr Kaninchen wieder haben, um sich richtig zu erinnern. Und wie immer erfahren wir hier und da weitere Bruchstücke. Oh, es war so schön hier gerade eben. Und jetzt sieht es hier so aus. Schon krass. Ja. Sie möchte halt wissen, was wirklich passiert ist. Und wir bekommen immer Bruchstücke, wollte ich sagen. Okay. Von dem, was wirklich passiert ist. Ach. Da sieht man wieder so ein Element, ne? Von der falschen Schildkröte. Die kennt sie aus ihrem echten Leben. Und so manifestiert sich das in ihrem Kopf und wird dann zu einer Wunderlandgestalt. So funktioniert das. Auch hier, diese Pilze, ne? Aber da stimmt doch was nicht. Diese Pilze, die gehören doch eigentlich gar nicht hierher. Und hier sind ja auch gerade gar keine Leute und nix. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier mischt sich gerade Realität und... Fantasie. Dieser verfluchte Verfall. Er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt einem höllischen Fabel. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Tal der Verdammung. Okay. Es geht wieder los. Es geht wieder los. So. Es beginnt. actionreich mit dem Tal der Verdammung interagieren. Das wird höchstwahrscheinlich die Raupe gewesen sein, weil wir haben jetzt eine Wasserpfeife benutzt, es ist eine andere Stimme, eine ratende Stimme und wir sind auf dem Weg zur Raupe, schätze ich mal, im Tal der Verdammung und dort sehen wir uns im nächsten Part wieder von Alice Madness Returns. Vielen Dank fürs Zuschauen.